Hi Leute, ich bin's wieder aus Hausern UBS All und heute werde ich euch zeigen, wie ihr euch Doodle Jump, das beliebte Spiel von iPhone und iPod, für den PC holen könnt. Kostenlos. Ich werde den Link in die Beschreibung packen für dieses Spiel. Müsste sich gleich öffnen. Ja, da ist es. Das wird uns wahrscheinlich ein bisschen stocken, wegen der Aufnahme. Das ist Doodle Jump, da geht ihr einfach auf Play, dann könnt ihr spielen. Das stockt jetzt, weil die Aufnahme ist, braucht es nicht viel. Okay, dann gibt es noch ein paar andere lustige Sachen. Komm schon. So, kann man noch Snowmood. Dann hüpft ihr im Schnee. Das ist eigentlich genau dasselbe. Das bringt eigentlich nicht so viel, finde ich. Aber, naja, wenn es Spaß macht, dann gibt es noch eine witzige Sache. Dazu müsst ihr auch wieder auf die normale Sache, dann geht ihr auf den Knochen, hier unten in der Ecke. Als seid ihr so eine komische Figur. Finde ich eigentlich relativ witzig. Tuk, tuk, tuk. Tja, aber weil das leider so ein bisschen langsam ist, wenn ich aufnehme, kann ich euch jetzt kein Gameplay von dem zeigen. Ja. Gut, das war es auch schon wieder von mir. Ich werde den Download-Ding in die Beschreibung packen. Und, ja. Macht mir mal Vorschläge, was ich so für Videos machen soll. Let's Plays von der Playstation 3 und was für Spiele ich da antesten soll. Gut. Ja. Macht Kommentare, abonniert mich und, ja. Ciao. Ciao. Tag.